Ja, hallo zusammen. Ich möchte euch heute einmal kurz einen Einblick geben, wie ihr mit dem SQL-Tutorial beginnen könnt, wie ihr mit Databricks ein Notebook importiert und wie ihr insgesamt euren Arbeitsplatz einrichtet, damit ihr das Tutorial erfolgreich absolvieren könnt. Zunächst einmal, ich bin hier auf der Gitbook-Seite, die ist verlinkt, die sollte euch bekannt sein. Und wenn ihr hier schaut, habt ihr auf der linken Seite die Module und ganz unten unter Content gibt es einen Unterpunkt, der heißt Tutorials. Wenn ihr den aufmacht, dann seht ihr, dass das Erste, das Tutorial Einführung SQL ist. Klickt ihr da drauf, gelangt ihr auf die Übersichtsseite und da seht ihr eigentlich die Struktur des Tutorials als geschachtete Liste und unter anderem Punkt 0, das ist das, was ihr machen müsst, bevor ihr überhaupt mit dem Tutorial startet. Das ist eben die Einrichtung eures Databricks-Accounts. Das ist hier beschrieben, das würde ich jetzt nicht nochmal mit euch durchgehen, aber das Importieren der Templates, das möchte ich einmal gerne euch hier in diesem Video zeigen. Ich klicke hier einmal drauf. Ihr bekommt hier auch eine sehr schöne Beschreibung. Ich hoffe, die hilft. Das Vorgehen möchte ich trotzdem einmal zeigen, weil es vielleicht auch für einige, die Databricks zum ersten Mal nutzen, nicht ganz intuitiv ist. Wichtig ist, es gibt in Databricks sogenannte Templates, Entschuldigung, es gibt sogenannte Notebooks. Und Notebooks sind einfach eine Sammlung von Codeblöcken, die ihr untereinander schreiben könnt, SQL-Statements, die ihr ausführen könnt und das wird immer automatisch für euch gespeichert. Ist sozusagen, wenn ihr so wollt, euer Arbeitsdokument innerhalb von Databricks. Für dieses Tutorial stelle ich Notebook-Templates bereit und das erste Template für den SQL-Befehl, das findet ihr hier unten, der Select-Befehl. Die anderen sind noch nicht verlinkt, sie existieren noch nicht, aber wenn ihr auf diesen Link klickt, dann öffnet sich ein neues Fenster und es öffnet sich sozusagen dieses Databricks Notebook-Template. Und das wollen wir jetzt in euren Account importieren, sodass ihr von dort aus direkt diese SQL-Befehle auch ausführen könnt. Wichtig ist vor allen Dingen dieser erste Block, der euch nämlich die Daten anlegt. Den müsst ihr einmalig ausführen, um dann die Daten für das Tutorial in eurem Databricks Account zu haben. Und wie gesagt, das Importieren, das wollen wir uns jetzt anschauen. Und das geht relativ simpel. Ihr klickt einfach hier oben auf diesen Import-Notebook-Button und wenn ihr das macht, bekommt ihr ein kleines Pop-up-Fenster, in dem ein Link angezeigt wird. Diesen Link kopiere ich mir jetzt mit STRG-C oder rechte Maustaste kopieren, sodass der in der Zwischenablage steht und springe jetzt in meinen Databricks Account. Wenn ihr euch bei Databricks anmeldet, solltet ihr ungefähr diese Oberfläche sehen. Das ist die Startseite, die hier immer über diesen Databricks Menüeintrag erreichbar ist. Um jetzt ein Notebook zu importieren, geht ihr auf euren Workspace, klickt dort drauf. Da solltet ihr unter Users eure E-Mail-Adresse sehen. Das hier ist jetzt mein User. Ihr solltet hier entsprechend eure E-Mail-Adresse, mit der ihr euch bei Databricks angemeldet habt, als Eintrag sehen. Wenn ihr da drauf klickt, dann seht ihr eure Arbeitsumgebung. Das sind in der Regel Ordner, die ihr anlegen könnt. Bei euch könnte das jetzt natürlich noch leer sein. Oder eben Notebooks, die ihr direkt auf der Root-Ebene angelegt habt. Wir wollen jetzt einfach ein Notebook auf der Root-Ebene importieren. Das bedeutet nicht innerhalb eines Ordners. Und wenn ich hier auf dieses kleine Symbol hier klicke, diesen Pfeil, dann habe ich die Möglichkeit, etwas anzulegen mit Create. Ich kann ein neues Notebook anlegen. Ich kann einen Ordner anlegen. Ich kann aber auch etwas importieren. Und genau das machen wir jetzt. Ich klicke einmal auf diesen Import-Menü-Eintrag und bekomme dann ein neues Pop-up-Fenster. Und in diesem kann ich jetzt mich entscheiden, ob ich aus einer Datei oder von einer URL ein Notebook importieren möchte. In diesem Fall haben wir eine URL in die Zwischenablage kopiert. Und wenn wir diese URL hier jetzt einfügen, dann erkennt Databricks, aha, es handelt sich hier scheinbar um ein Databricks Notebook. Und das kann ich jetzt mit dem Import-Button importieren. Klicke ich hier drauf, beginnt der Import-Prozess und es öffnet sich auch gleich das Notebook, das genauso aussieht wie das, was wir eben auf der Webseite im Browser gesehen haben. Und das Schöne daran ist, ich kann jetzt auch einfach diesen Code-Block, der mir die Tabellen importiert, den ihr nebenbei nicht verstehen müsst, sondern da geht es einfach nur darum, dass ihr den einmalig ausführt. Ausführen könnt ihr einen Code-Block immer mit diesem kleinen Play-Button hier oben oder wenn ihr innerhalb der Zelle seid, mit STRG-ENTER. Wenn ihr den ausführt, habt ihr eure Daten einmalig angelegt, könnt ihn dann auch wieder minimieren und könnt dann anschließend mit diesen verschiedenen Tutorial-Blöcken weitermachen und eure Übungsaufgaben auch hier innerhalb dieses Notebooks lösen. Dazu müsst ihr allerdings erst ein Cluster anlegen. Ein Cluster ist sozusagen der Rechner im Hintergrund, der eure SQL-Statements ausführt. Und den legt ihr über den Menü-Eintrag Clusters an. Da klicken wir jetzt einmal drauf. Das müsst ihr immer machen, wenn ihr euch anmeldet und in Databricks arbeiten wollt. Klickt einfach auf Create Cluster. Gebt dem Ganzen einen Namen. Ich nehme mal einfach Cluster 1. Der Name ist, wie gesagt, völlig egal. Und ihr könnt alles andere einfach im Default so lassen. Also Runtime Version 5.2 und Python Version 3. Klicke auf Create Cluster. Und ihr seht jetzt, hier erscheint ein Eintrag. Und hier bewegt sich was. Das heißt, er ist noch in einem Status Pending. Und sobald der Status hier von Pending auf Bereit springt, dann sehen wir hier ein grünes kleines Licht. Dann können wir diesen Cluster mit unserem Notebook verwenden. Da warten wir jetzt mal kurz. Das dauert in der Regel so ein, zwei Minuten maximal. Und dann springen wir zurück in unseren Notebook und können dann, wie gesagt, auf diesem Cluster unsere SQL-Statements ausführen. Das können wir auch direkt von unserem Notebook aus machen. Ich springe jetzt wieder in den Workspace, gehe jetzt in das gerade importierte Notebook. Das ist jetzt hier oben. Wenn ich das öffne, dann seht ihr hier oben, es ist detached. Das bedeutet, es ist nicht mit einem Cluster verbunden aktuell. Und wenn ich dieses hier öffne, dann seht ihr, der Cluster ist jetzt doch schon da. Cluster 1 hat ein grünes Licht. Ich kann also das Notebook jetzt diesem Cluster zuweisen und zum Beispiel die erste Abfrage, ich habe die Daten schon vorher angelegt. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, müsstet ihr einmal diesen Codeblock ausführen und dann könnt ihr zum Beispiel mit Describe 10 Meter euch die Metadaten der Tabelle 10 Meter zurückgeben lassen. Genauso könnt ihr jetzt auch weitere SQL-Abfragen auf diesen Daten ausführen. Und ja, ihr habt damit erfolgreich euren Workspace soweit vorbereitet, dass ihr dem Tutorial hoffentlich folgen könnt und euch erfolgreich in das Thema SQL einarbeiten könnt. Ich freue mich auf die weiteren Schritte mit euch. Bis dahin.